Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr erinnert euch sicherlich, ich habe vor einiger Zeit ein Video zu der App Viewfinder gemacht und heute möchte ich ein weiteres Video machen, weil es gab in der Zwischenzeit ein paar Updates und was da so passiert ist, das möchte ich euch mal in diesem Video hier erklären. Ja, starten wir mal die App und es fängt erstmal ganz normal an wie früher auch. Ihr habt die ganzen Fotospots hier und da soll es heute aber gar nicht großartig weit drüber gehen, sondern heute möchte ich eigentlich nur um die Wettergeschichte erzählen, weil da ist eine Menge passiert eigentlich. Und zwar fangen wir mal hier an. Ihr habt jetzt hier natürlich die Karte, hier bei dem roten Punkt, da befindet sich mein Handy gerade und ihr könnt hier oben ja links die Himmelsröte einblenden, zum Beispiel Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Und ihr seht, wenn man die Himmelsröte einblendet zum Beispiel, dann kommt diese rote Dichte, diese Leiste mit der Wahrscheinlichkeit und die nimmt ganz schön Platz weg. Und da kann man jetzt zum Beispiel hier links auf den Button klicken, wo dieses durchgestrichene I zu sehen ist. Und wenn ihr da rauf geht, dann verschwindet einiges aus dem Bild und so habt ihr ein bisschen mehr Platz. Diesen Platz braucht ihr zum Beispiel für das neue Positioniertool. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter rausgehe hier zum Beispiel, seht ihr hier jetzt, das ist der Sonnenuntergang für heute Abend, die Abendröte. Und ihr wisst aber nicht genau, wo muss ich denn jetzt hin? Hier unten irgendwo, ihr wisst, da wird es irgendwo stattfinden. Wer sich da schon ein bisschen auskennt, der weiß schon ungefähr. Aber der Anfänger zum Beispiel, der weiß nicht genau, wie viel Abstand brauche ich zum Beispiel zu der Abendröte. Und da seht ihr hier oben dieses Radarsymbol quasi. Das ist das neue Positioniertool. Wenn ihr das startet, dann habt ihr hier quasi solche Radarstrahlen quasi. So sieht es so aus, wie so ein WLAN-Symbol quasi. Und dieses, wenn ihr ein bisschen weiter reingeht, zeigt an hier Ideal, hohe Wahrscheinlichkeit, mittlere, geringe Wahrscheinlichkeit. Und wenn ihr euch jetzt mal so positioniert, hier unten Freiburg in Breisgau, Karlsruhe, etwa zwischen Würzburg und Frankfurt, Erfurt, dann seid ihr eigentlich so auf der richtigen Seite. Denn dürfte eigentlich nichts schief gehen. Außer natürlich die Sichtbarkeit, Himmelsröte macht euch einen Strich durch die Rechnung. Und das wird sie. Höchstwahrscheinlichkeit heute, ja, seht ihr. Heute da überall, wo es dunkel ist, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Und da, wo es gestrichelt ist, können wir nochmal einblenden. Da ist die Wahrscheinlichkeit bei 1% oder noch geringer. Und deswegen kann man das heute eher vergessen. Aber darum ging es jetzt auch nicht. Es sollte eigentlich nur um die Sichtbarkeit mit diesem Positioniertool gehen. Das ist eigentlich schon mal eine sehr, sehr schöne Sache. Zum anderen seht ihr hier zum Beispiel diese Umrandung, dieses Rechteck, wenn wir das einmal durch Polen durchgehen, unten unterkannte Frankreich, so durch England, Schweden. Und das ist das Wettermodell. Das basiert auf dem Icon D2 Wettermodell, bin ich der Meinung. Und es ist natürlich so, ja, wenn ihr jetzt nach Spanien fliegt, könnt ihr das Ganze nicht verwenden. Da ist die App für euch quasi nutzlos. Macht aber nichts. Es ist ein neues Wettermodell hinzugekommen. Und zwar seht ihr hier oben eine Erdkugel. Und wenn ihr da rauf geht, dann habt ihr einmal Mitteleuropa mit einer Auflösung von 2,8 Kilometern. Und einmal Europa mit einer Auflösung von 7 Kilometern. Und wenn wir da rauf gehen, zack, ist das Kästchen deutlich größer geworden. Es geht bis fast zum Nordkap hoch. Spanien komplett abgedeckt. Marokko ist und so weiter. Bis in den Irak hinein. Also die Abdeckung ist jetzt deutlich größer. Und dadurch, dass ihr jetzt damit ein zweites Modell, ein zweites Wettermodell bekommen habt, habt ihr auch eine Möglichkeit, eure Vorhersagen besser zu verifizieren. Gehen wir nochmal einmal auf Mitteleuropa zurück. Und ihr seht hier dieses fette rote Band, was hier mitten durch Deutschland geht, sogar durch Frankreich. Es kann sein, dass es funktioniert. Es kann aber sein, dass es nicht funktioniert. Und je mehr Möglichkeiten man hat, das sich bestätigen zu lassen, umso besser. Und dafür ist zum Beispiel jetzt auch das größere Wettermodell auch ganz hilfreich. Ihr seht hier durch einen reinen Zufall, dass dieser rote Streifen auch bei dem größeren Wettermodell da ist. Was nicht auf dem Icon D2 Modell basiert, sondern auf einem anderen. Ich weiß jetzt gerade nicht welches. Und wenn zwei verschiedene Wettermodelle das gleiche sagen, dann ist die Chance doch deutlich größer, dass ihr da auch was absahnen könnt. Ich gehe nochmal zurück, um euch eine Sache zu erklären. Ihr seht hier zum Beispiel hier unten die Kante hier unten in Frankreich. Ihr seht aber, dass die Himmelsröte hier bei Saint-Étienne quasi wie ein Messer abgeschnitten ist. Man wundert sich, warum geht sie nicht hier unten bis nach Carcassonne? Da ist doch eigentlich die Grenze zu Ende, das Wettermodell. Und das habe ich Bastian auch mal gefragt. Und die Erklärung ist, man braucht, um diese Himmelsröte zu berechnen, aus den vorhandenen Wolken einen gewissen Overhead. Und der ist eben so, weiß nicht, 200 Kilometer, 150, 200 Kilometer. Und deswegen ist die Himmelsröte niemals komplett so groß wie dieses Wettermodellkästchen. Das solltet ihr eigentlich nur mal wissen. Ja, dann nochmal gab es, es gab einige Beschwerden. Hey, ich habe hier ein Abo. Warum bezahle ich für ein Abo Geld und habe Werbung in der App? Kann man verstehen. Und das hat der Bastian sicherlich sich auch zu Herzen genommen. Und wahrscheinlich waren die Beschwerden wohl doch ein bisschen mehr oder so. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt keine Werbung mehr da. Also ihr zahlt für eine App für eure Abo und werdet jetzt auch nicht mehr von Werbung genervt. Ich wusste, warum es so ist, weil um die Kosten für das Abo möglichst gering zu halten, war noch ein bisschen Werbung nötig. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt anders, wie es jetzt gehandhabt wird. Ihr müsst jetzt auch nicht alles wissen. Ja, so, dann geht es weiter. Hier unten seht ihr ein grünes Kästchen. Hier, Wetterdaten 5.08.22 von 11 Uhr. Ihr könnt jetzt immer kontrollieren, wann waren die letzten Wettermodelle, wann wurden die letzten Modelle veröffentlicht. Und seht dann immer, ja, ich bin jetzt auf dem aktuellen Stand. Ihr müsst allerdings bedenken, diese Wetterdaten werden immer in 3-Stunden-Takt veröffentlicht. Also nachts um 2, um 5, um 8, um 11 und so weiter und so fort. Diese Wettermodelle, wie dieses jetzt um 11 Uhr, bekommt ihr immer anderthalb Stunden später. Also um 11 Uhr ist das Wettermodell aktualisiert. Auf das Handy bekommt ihr es erst um 13.30 Uhr. Könnt ihr eigentlich auch die Uhr nachstellen quasi. Also wirklich auf die Minute genau wird es aktualisiert. Ich mache es immer noch manuell, weil manchmal bin ich nicht so sicher, ob das wirklich lädt. Ich schließe die App immer komplett und so weiter. Ja, hier rechts zum Beispiel haben wir jetzt nochmal bei der Uhrzeit. Früher war es ja so, zum Beispiel gerade bei der Himmelsröte war das ein bisschen nervig, dass ihr euch immer die ganze Zeit so durchscrollen musstet. Ist jetzt nicht mehr so. Bei der Himmelsröte zum Beispiel, da gibt es nur zwei Zeiten am Tag. Morgens und abends, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und alles dazwischen interessiert nicht. Und wenn ihr jetzt hier rauf geht, einmal rauf tippt, habt ihr jetzt auch nur zwei Daten. Einmal fünfter, achter Sonnenuntergang, sechster, achter Sonnenaufgang. Und so könnt ihr eigentlich mit einem Fingertipp direkt hin und her switchen. Ihr müsst nicht mal rauf tippen und das auswählen. Ihr könnt auch auf die Pfeile gehen, links, rechts und so weiter. Das geht genauso. Und so seht ihr zum Beispiel auch, dass dieses Positioniertool, wenn wir jetzt hier Sonnenaufgang haben, dann zeigt es natürlich in die Sonnenaufgangsrichtung und bei Sonnenuntergang in die Sonnenuntergangsrichtung, wie so ein Scheibenwischer. Das kann man hier nochmal einblenden quasi. Ich gehe da mal kurz mal ein bisschen aufs Meer hinaus. Und da seht ihr auch, guck mal, je höher man kommt, desto stärker verändert sich auch dieser Öffnungswinkel. Und wenn man jetzt diese Wetterradar, dieser Winkel von diesem Positioniertool, die Mitte davon zeigt immer genau in Sonnenauf- oder Untergangsrichtung. So, zack, zack. Ja, das war eigentlich schon mal das. Denn sind, glaube ich, noch ein paar Sachen dazugekommen. Ihr könnt euch zum Beispiel auch jetzt richtig die Wolken anzeigen lassen. So wie bei Kachelmannwetter auch. Hier seht ihr ein Wolkenlayer. Jetzt für morgen um 6 Uhr das Wolkenlayer für die niedrigen Wolken. Ihr könnt auch mittelhohe und hohe Wolken anzeigen lassen. Alles wunderbar. Das ist eigentlich soweit eigentlich alles. Drohnenwetter ist hinzugekommen. Zum Beispiel jetzt eben von wegen, ja, es beinhaltet zum Beispiel, glaube ich, Regen und starken Wind oder so. Und alles, was rot ist, heißt, oh, bloß nicht. Gelb ist so, ja, grenzwertig. Aber es heißt jetzt nicht, also es ist jetzt keine Karte, die anzeigt, hier ist es erlaubt zu fliegen und hier ist es verboten. Sondern es geht alleine um das Wetter. Ist es technisch möglich zu fliegen? Je nach Drohne sicherlich auch noch ein bisschen abhängig zum Beispiel. Naja. Ja. Was war noch? Einige hatten sich beschwert zum Beispiel darüber, dass man ein Abo abschließt und quasi gleich zur Kasse gebeten wird. Das ist aber falsch. Zumindest bei iOS, also auf dem iPhone ist es nicht so. Ihr habt 30 Tage ja Zeit. Ihr könnt das Abo abschließen. Und ihr könnt es aber auch im selben Moment gleich wieder kündigen. Damit ihr ja nicht nach 30 Tagen zur Kasse gebeten werdet, geht ihr einfach, hier bin ich jetzt gerade falsch, in den App Store. Dann geht ihr hier oben, hier oben rechts auf mein kleines Gesicht. Ihr nehmt natürlich eures. Und geht hier auf Abonnements. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier, hier sind jetzt gerade meine ganzen offenen Abonnements. Und seht, was die so kosten. Und hier könnt ihr das Abo gleich direkt kündigen. Wenn ihr das gern kündigt, dann läuft es aus nach der vorlaufenden Zeit. Und ihr zahlt nichts. Genauso könnt ihr dann sagen, ah, ja, ich habe es jetzt gekündigt, aber nach 25 Tagen fällt euch ein, ja, mir gefällt es. Ich glaube, ich mache es weiter. Könnt ihr das Abo auch direkt da wieder abschließen. Also weitermachen. Ja, und dann nochmal kurz, überhaupt zu Abo-Geschichte. Viele sind ja der Meinung, ah, das ist die 3 Euro, das ist viel zu teuer und so sehe ich nicht ein. Aber seht es mal anders. Früher habt ihr euer Wetter, eure Fotospots oder eure Fototouren geplant. Ihr guckt raus, ihr guckt meine Wetterkarte. Ja, könnte heute Abend was werden. Ihr fahrt nach St. Peter-Ording zum Beispiel. Für mich sind St. Peter-Ording sind zweieinhalb Stunden Fahrt. Das sind locker 40, 50 Euro Spritkosten. Und wenn ich mich jetzt da vertue und ich komme ohne Bild nach Hause, weil ich habe irgendwas im Kopf gehabt und war nichts. Denn dann habt ihr 40, 50 Euro in den Sand gesetzt. Und wenn ihr jetzt einfach 3 Euro bezahlt für so ein Abo, dann könnt ihr euch diese 40 Euro vielleicht sogar sparen. Also habt ihr mit diesem Abo eine Fototour richtig geplant und es hat hingehauen. Und ihr habt Spritkosten über 3 Euro gehabt. Dann hat sich das doch schon gelohnt, Leute. Ja, was denn noch? Ich muss mal ganz kurz, da ist es, gucken, was noch so kommt. Und zwar hatte Viewfinder, die sind bei Instagram auch, die haben auch mal einmal Story gepostet und die habe ich mir mal abfotografiert. Und da zeigen sie mal, was noch so kommt. Europa-Wetter-Daten mit einem zweiten Wettermodell. Also wir haben ja jetzt einmal Mitte-Europa und einmal Europa. Und es kommt noch ein zweites europäisches, ein großes Modell mit 72 Stunden Vorhersage. 72 Stunden ist zwar nicht besonders doll, weil eigentlich heißt es, je dichter man an diesem Zeitpunkt ist. Also sagen wir so, ich will jetzt heute Abend los, ja, gucke, passt. Es bringt nichts, wenn ich jetzt für übermorgen gucke. Aber man kann schon mal so einen Trend erkennen, ja, könnte was werden. Ich nehme mir mal heute am Samstagabend mit meiner Frau nichts vor, weil ich dann lieber doch woanders hin möchte. Dafür kann das schon mal sinnvoll sein. Und je mehr Wettermodelle ihr habt, habe ich ja euch gezeigt, kann Vorteile haben, um sich das Abendrot zum Beispiel zu verifizieren. Denn Marktstart in mehreren europäischen Ländern ist auch mittlerweile, glaube ich, schon gestartet. Also ich habe in Dänemark zum Beispiel auch schon einen Spot hochgeladen. Und dann sollen Suchfunktionen kommen für Spots und für Nutzer. Ihr könnt dann nach mir suchen oder nach Bastian Werner oder ihr sucht nach einem See, hier Eibsee oder weiß der Geierwatt oder Zugspitze oder so. Weil ihr nicht genau wisst, wo das ist, tippt ihr den Namen ein, fertig, habt ihr es gefunden. Denn ganz wichtig sowieso, Wetteralarm für euren Homespot. Also wenn ihr zu Hause seid, kann das sein, dass abends die App auf einmal euch meldet. Leute, Junge, du solltest heute lieber mal losfahren. Das könnte sich lohnen. Nordamerika-Wetterdaten ist für mich jetzt noch nicht so interessant. Aber wenn man mal in Amerika ist, beziehungsweise sonst wo. Ja, Import und Anlegen eigener KML und KMZ-Karten. Google Earth-Karten. Könnt ihr Spots, die ihr habt, könnt ihr dadurch übernehmen. Und habt dann schon mal den PIN gesetzt und könnt dazu sicherlich dann einen Spot anlegen. Ja, Webcams sollen noch kommen. Finde ich auch sehr cool, weil ich mache das häufiger, wenn ich nach St. Pedro Orning fahre zum Beispiel. Ich gucke natürlich in der App oder in den Wetterkarten, aber ich gucke auch mal auf einer Webcam. Und da hat man die dann immer dabei. Die nächste Webcam, die an dem Spot ist, irgendwo oder so. Das ist sehr schön. Ja, Gezeiten sollen noch kommen. Es gibt Spots, wo das gut ist, einen bestimmten Wasserstand zu haben. Da kann man das auch so ein bisschen planen. Und ja, zu guter Letzt weitere Wettermodelle. Und wie ich ja gesagt hatte, weitere Wettermodelle sind immer ganz gut, um das Ganze zu verifizieren. Ja, das soll es eigentlich erstmal gewesen sein. Kleines Update. Ich glaube, so mittlerweile ist das Video auch schon wieder ein bisschen länger geworden. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr hier unten mal ein Like da lasst. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst auch gerne mal ein Abo da. Aber kostet euch ja nichts. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch mal in die Kommentare schreibt, ob euch die App zum Beispiel, ob ihr euch die auch geholt habt, ob sie euch gefällt und ja, ob ihr damit auch schon mal richtig Erfolg hattet. Und genauso gut würde mich freuen zu lesen, wenn es zum Beispiel mal Leute gibt, die sagen, nee, Abo ist nichts für mich, aber du hast mich eines Besseren belehrt. Es hat sich doch gelohnt. Ich habe für die drei Euro im Monat viel Geld gespart, weil ich unzählige Kilometer nicht gefahren bin. Und auch das würde ich ganz gerne mal hören. Ja, und natürlich auch, wenn ihr Ideen habt für Verbesserungsvorschläge, haut sie gerne unten in die Kommentarzeile rein. Der Bastian, der wird hier auch mitlesen und er wird sicherlich auch einiges übernehmen, wenn das Sinn macht. Ja, gut. Ich denke mal, das reicht erst mal für ein Update und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, euer Dennis.